Der wird dann so ganz billig nur mit so einem 3-Euro-Klavier irgendwie musikalisch untermalt. Wenn du weißt, was ich meine, so diese billig Dinger, die man vielleicht mal im Souvenir-Shop irgendwo kriegt. Mit so fünf Tasten drauf. Die dann klingen, als würde jemand in der Blechtrommel furzen. Achso, ja, das passt schon eher. Nee, DK wird das natürlich mit seinen eigenen Klavierkünsten untermalen. Die hast du doch mal, glaub ich, irgendwann hast du mal Klavierkünste in einer Folge von Letzen Mobile vorgestellt. Ja, ich kann Keyboard spielen, das ist richtig. Ja, gut, die Frage ist, wie gut du das kannst. Ja, dafür hat man leider zu wenig Einblicke da rein, was du jetzt mittlerweile alles kannst. Ja, ich mach das sehr selten, wenn ich es leider zugeben. Ja, gut. Ja, bei mir ist es auch nicht viel besser. Von daher will ich mich doch nicht beschweren. Kannst du irgendwas spielen? Prinzipiell könnte ich das jetzt auch spielen, aber ich hab das in Ewigkeit nicht mehr gemacht. Bedeutet, mit anderen Worten seid bestimmt, ich weiß nicht, seit wieviel Jahren nicht mehr, aber seit... Es ist schon einige Zeit lang her. Sagen wir es so. Äh, verdammt. Äh, ich bin... Ich mach mich gleich mal dran und baue hier mal die ersten Häuser. Äh, wie sehen denn Häuser in einer Burg aus? Ich dachte, du wolltest einen Menschen bauen. Ja, auch, aber es kommt natürlich nicht nur einen fette Menschen in die Mitte, sondern es kommen auch so ein paar kleine Häuser davor. So ein, zwei vielleicht. So, da müssten wir jetzt eigentlich den, äh, Pferdestall machen. Wo der Stalljung sitzt. Und dafür geh ich doch mal her und mach Holz. Ich und mein Holz. Ich bin mal wieder unterwegs. Ach, denn der Kanacke. Hm? Der Kanacke. Bitte was? Der Kanacke. Wie, 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 äh... Naja, egal. Der Typ von Ich und mein Holz. Ach so. Das meinst du. Ja, ich nehme mal, dass Jeff Wood, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Oh, oh, oh. Ein Dieb ist hier einfach mal angekommen. Der wollte uns beklauen. War das das Thief oder was? Ja, stand da dran. Alter, hier sind gleich mehrere. Das ist eine ganze Invasion von denen. Kannst du mal so, äh, du hattest doch diese Ballista irgendwie. Kannst du da vielleicht mal eine hier aufstellen? Kann ich, aber ich hab nur was viel stärkeres. Oh, ja dann... Ich mach hier vielleicht mal grad auch diese Lücke noch zu, die hier noch übrig ist. Dieser Kristall, den ich manchmal aufhänge. Du willst dasselbe, nur schon stärker. Ah, ja. So... Machen wir hier mal alle zu. Ich mein... Was willst du auch sonst machen? Was losse? Weg damit und fort damit. Alter, was haben die diese Diebel denn alles mit sich rumgeschleppt? Wer weiß, wo die das alles geklaut haben. Haben die random Items dabei oder halt? Nee, aber sie haben halt sehr viele Items einfach, weil es wahrscheinlich so viele Diebe war. Wo soll ich jetzt mein, äh, mein Zeug aufstellen? Hm? Wo soll ich mein Zeug aufstellen? Ich weiß es nicht. Ich hab's jetzt unten hingestellt. Ich hab hier so einen blauen Schleim-Banner. Da nehm ich doch lieber nochmal ne Kiste mit nem Reach-Kin... nem Reach-Chest. Einfach wenn Reach-Chest dazu führt, dass wir mehr lagern können. Schlechter sagen wir mal hier hin. Baust du auch was? Baust du einen anderen Turm? Ablegen. Bau du mal den anderen Turm. Den anderen Turm soll ich bauen. Äh, hast du Steine für mich? Nein. Ja, dann wird's schwer. Ja, geh kurz meinen. Ich baue jetzt erstmal die Häuser für die normalen... Für die normalen Passanten, die hier wohnen. Es ist natürlich sehr cool, dass ich jetzt erstmal mein ganzes Zeug abgelegt habe. Ja, Holt und Jeffwood will ich haben. Jeffwood? Ja, Jeffwood. Ich hab ne Idee, wir bauen in den... Nee, den Baum hier kommt auf jeden Fall ein... Der heißt... Ein... Baumhaus rein. Von dem aus man in den Turm rein kann. Ja. Ich weiß nicht, wie hoch müssten... äh, Zimmer sein... Es kam nicht auf die Höhe an, es müssten insgesamt mindestens 60 Innenwirke haben. Ich mach das nochmal neu, das gefällt mir so nicht. Da hab ich, ist... Die, glaub ich, immer... 6 hoch und 10 breit gemacht. Mhm. Dann hol ich mir nochmal... nochmal ein bisschen Zeug. Du kannst es aber auch, glaub ich, 2 hoch und halt 30 breit... breit machen. Ne, ne. Ne, das geht nicht, da passt kein Mensch rein. Du kannst es 2 breit und 30 hoch machen. Achso. Das wird als Haus erkannt, aber dann passt kein Stuhl und so wieder rein. Ja. Ah. Stuhl und Tisch muss ja reinpassen und nur Fackel. Noch. Mhm. Ähm. Ich... Brauch gleich noch was. Ich bin auch kurz weg. Ja. Ich glaub, das wird so nichts, wenn ich das so mache. Ich brauch Obsidian. Obsidian will er haben. Du wirst schon sehen, warum. Du wirst auch die Intention dahinter verstehen. Werde ich das? Ich weiß nicht, ob die Zuschauer das werden. Das weiß ich auch nicht. Wie? Du wirst ja mal ein bisschen weg sein. Was? müssen wir auch in der Mitte unserer Schlosses oder irgendwo einen Heddervater bauen. Ja, auf jeden Fall. What the fuck ist das? Ich weiß nicht, was das ist. So. Alter, es gibt hier Items. Es gibt unterirdische Crimson Biome. Ah ja. Schön. Ach nee, das ist wahrscheinlich wegen dem... Zeug. Alter, Leute. Ja, was ist mit den Leuten? Mich hat was aufgeregt. Ich hab einen riesigen Hammer gefunden. Hm. Einen massiven Hammer. Ja. Mit 36 Angriffsschaden. Da steht hier einfach so ein kleines Hütte vor der Tür. Also vor dem... Wo man immer erst durch muss, wenn man in der Busch will. Das sieht doch, glaube ich, ganz nett aus, wenn man das so gemacht hat. So, das brauche ich jetzt aber noch. Äh... Hier, äh... Hülze. Komm mal in den Boden. Hülze. Hülze. Komm da rein. Das ist eindeutig der Begriff, den man dafür benutzt. Das ist doch Hülze. Ja, ich weiß, was Hülze ist. Ja, Hülze. So. Das sind wilde hier Hülze, ne? Komm, dann mach ich mal daraus zwei Türe. Und dann seh ich mal raus... Gibt's im normalen Spiel auch Steintüren? Die gibt's nämlich hier jetzt. Hä? Es gibt Steintüren jetzt. Das weiß ich nicht gerade, ob's das auch so gibt. Naja, jedenfalls baue ich mal hier das Zeugs alles rein. Ja, die soll ich schon wieder haben, da jetzt wo Tür... Und dann kommen hier einfach mal Holzwendel rein. So. Haben wir das gemacht. Dann muss da nur noch in der Deck was rein. Lass mich da mal... Lass mich da mal... Darf ich den hier ja nicht mehr machen. Manchmal ist der Anti-Schwerkraftshaken halt doch nicht so praktisch. Warte mal, was? Kann man aus Obsidian keinen Hintergrund herstellen? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Wenn du schon so anfängst. Jetzt muss ich dir den Guide fragen. Oh, das hier wird schön. Ja, ich weiß. Ist hier quasi so die kleine Taverne oder was weiß ich was das ist. Hä? Hä? Was hä? Das ist meine Obsidian. Nee. Da ist da oben quasi der Speicher. Und dann brauche ich jetzt noch Fackeln. Hast du die Fackeln geklaut oder habe ich die selber irgendwo ab? Ja. Ein Massive Hammer? Ja. Warum liegt der hier einfach mal in der Gegend rum? Keine Ahnung. Da wird der Fackel noch. Okay, aus Obsidian kann man kein... Das ist schade. Das ist sehr schade. Dann brauche ich einen Tischler. Einer holzt tief. Und holzt stille. Ach komm, da mache ich gleich mehrere rein. Dann ist das quasi so der Versammlungsraum für die Wachen oder so. So. Da kommt mal Tifo rein. Ja, ist weg. Und da vorne dran kommt dann ein Schild oder so. Was hier da Wachttaverne ist. Wachttaverne. Ja, keine Ahnung. Hier jedenfalls der Tavernenwirt, der wohnt jetzt hier. Deswegen ist das die Taverne.